Herzlich Willkommen zur Solarmobil Deutschland in Bremen! Ich finde das großartig, dass Sie sich entschieden haben, hier Solarmobil Deutschland in Bremen zu machen. Wenn es die achte ist, dann wurde es aber auf Zeit. Wir haben lange diskutiert, weil es echt haresbreit am Schluss war, was dann entschieden hat, wer in den verschiedenen Unterklassen gewonnen hat. Ich selber bin mal durch so einen Wettbewerb zu meinem Beruf gekommen und das hoffe ich, dass wir auch dieses Signal heute aussenden, Technik, Ingenieurwesen, Nachwuchs zu gewinnen. Es macht einfach Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.